Guten Tag, liebe Besucher. Mein Name ist Markus Sturm und ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Website besuchen. Ich bin Selbstständiger und unabhängiger Finanzberater für Versicherungen und Kapitalanlagen. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Ich entwickle Finanzstrategien und in diesem kleinen Film möchte ich Ihnen heute erläutern, wie ich Sie in Finanzfragen unterstützen kann. Die Antwort klingt zunächst einmal ganz einfach. Ich höre Ihnen ganz genau zu. Was sind Ihre Wünsche? Was sind Ihre Ziele? Wie sieht Ihre aktuelle Lebenssituation aus? Heute, in 5, 10, aber auch in 20 Jahren. Welche finanziellen Ziele verfolgen Sie? Und welche Risiken möchten Sie absichern? Diese Fragen sind die Basis und der Ausgangspunkt meiner Arbeit, in deren Kern eine individuelle Analyse Ihrer Finanzsituation steht. Im Rahmen einer kostenlosen Erstberatung stecke ich so gemeinsam mit Ihnen die Rahmenbedingungen meiner Beratung ab. Ich möchte Ihnen keine Beratung von der Stange anbieten. Daher ist für mich die intensive Auseinandersetzung mit Ihrer persönlichen Situation so entscheidend. Und ein weiterer Punkt ist für mich von großer Bedeutung. Transparenz. Ich verunsichere Sie nicht mit unverständlichen Fachbegriffen aus der Finanzbranche. Sie sollen verstehen, für was Sie sich entscheiden und für was Sie Ihr Geld auch einsetzen. Mein Wunsch ist es, Sie langfristig und vertrauensvoll zu beraten, damit Sie nachhaltig von meiner Arbeit profitieren. Aus diesem Grund biete ich jeden meiner Mandanten einmal im Jahr einen kostenlosen Update-Termin an, indem wir gemeinsam das Erreichen der gesteckten Ziele überprüfen und, falls natürlich erforderlich, auch nachjustieren. Diese Vorgehensweise hat sich sehr bewährt. In meiner langjährigen Tätigkeit als Finanzberater haben sich die Schwerpunkte Immobilienerwerb als Form der Kapitalanlage, eine vorausschauende Ruhestandsplanung und eine sorgfältige Altersvorsorge herauskristallisiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen in diesen Themengebieten, aber auch in allen anderen Finanz- und Kapitalbereichen behilflich sein kann. Sie erreichen mich unter den in Kontakt auf dieser Internetseite hinterlegten Telefonnummern und Adressen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Ihr Markus Sturm